...Tore in der Schlussviertelstunde. Krüger ist das, der Pole. Auf Panzer, der dreht sich, der schießt, ein Schuss, ein Sprich, ein Tor. Das 1 zu 1 in der 75. Minute, ein Wahnsinns, ein Stand für den Mann aus dem Kongo. Da rennt er los, da lässt er sich feiern, wie er schon unterdessen, wie der Ball hineinging. Ganz geradeaus, unhaltbar für Hoffmann. Schauen Sie, mit welcher Energie er da drauf hält. Und unbändiger Jubel auf der Bank des VfL. Endlich. Der Ausgleich, den sie alle herbeigesehen hatten. Und Banzer, das ist Wahnsinn. 22 Minuten im Spiel und schon getroffen. Dafür kann einer wie Wolf dann auch schon mal 1,6 Millionen Ablöse hinlegen lassen vom Verein. Und was für ein Tor.